Oh, I like that! I like the shape you're creating! Oh, Lukas hängt sich ins Zeug hier! Feel the beat! Irgendwie war das mit Maxi so ein richtig cooles Miteinander. Ich hab ne Vorlage gegeben, er hat's direkt gemacht, ohne ihm das zu sagen. Oh, das ist der Eispass! Cool! Ich hab immer gedacht, so, okay, hoffentlich zieht er mit. Dann hab ich ihn einfach auf den Reifen gestellt, da dachte er erst, ich will ihn reinschmeißen, aber nee, er sollte es draufstellen, hat er dann aufgemacht. Okay! Oh! Oh, wow! Dann hab ich ihn einfach auf meine Schulter gehoben. Ey, bietet so viel an! Mega! I love this! Ich hab nen Stuhl hingestellt, er hat sich draufgesetzt, ich hab mich auf den Rahmentisch gelegt, hab die Pfanne geholt. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ja! Ja! Das war wirklich, als wär's ne Choreografie und es hat so Spaß gemacht. 2! 1! Yes! That's how we finish! From the start to finish, well done! Ich hab mir so, ich muss dieses Set zerstören, das Set muss mir gehören. Und du hast es zerstört, ihr habt beide zu spüren! Wir beide! Ihr seid beide eine Runde weiter! Danke. Bye!